Ich lerne Deutsch. Nummer 8721 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Jetzt habe ich die Brillenfassung gefunden, die am besten zu mir passt. Jetzt habe ich die Brillenfassung gefunden, die am besten zu mir passt. Haben Sie einen trockenen Mund oder Probleme mit den Speicheldrüsen? Haben Sie einen trockenen Mund oder Probleme mit den Speicheldrüsen? Haben Sie einen trockenen Mund oder Probleme mit den Speicheldrüsen? Ich habe die Schule abgeschlossen und möchte ein freiwilliges soziales Jahr machen. Ich habe die Schule abgeschlossen und möchte ein freiwilliges soziales Jahr machen. Ein Netzwerktechniker ist für die Installation, Wartung und Reparatur von Computernetzwerken zuständig. Die Intelligenz eines Menschen kann durch äußere Einflüsse wie Stress oder Krankheit beeinträchtigt werden. Heute werde ich 14 Jahre alt. Ich werde bald erwachsen sein. Heute werde ich 14 Jahre alt. Ich werde bald erwachsen sein. Die Antwort auf diese brisante Frage ist jedoch nach wie vor offen. Die Antwort auf diese brisante Frage ist jedoch nach wie vor offen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Von oben ab und ab und solange nicht, von oben ab und 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 ab. Vielen Dank.